Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen PascadeTV-Folge. Ich beginne heute mal mit den News. Am Montag und am Dienstag sind die Mathe-Intensiv-Tage für den 10. Jahrgang, auch für die Vorbereitung der Abschlussprüfungen. Außerdem ist am Montag das Ostervolleyballspiel unserer Schule und am Montag ist auch außerdem die Potenzialanalyse für die 7a. Am Dienstag ist die Potenzialanalyse für die 7b und am Mittwoch ist die Potenzialanalyse der 7c und 7d. Außerdem ist am Mittwoch die dritte Gesamtkonferenz. Der heutige Kursefeiertag ist der Tag des Theaters. Der Tag wurde 1962 ins Leben gerufen und findet jedes Jahr am 27. März statt. Der Tag ist dazu da, um das Theater bekannter zu machen und auch um die kulturelle Bedeutung des Theaters nochmal hervorzurufen. Und passend zu unserem kuriosen Feiertag, dem Tag des Theaters, haben wir auch einen Song der Woche und zwar Memories von einem sehr bekannten Musical, und zwar Cats. Hier ist jetzt noch mal ein kleines Infovideo für euch von einem ehemaligen Schüler an unserer Schule, und zwar lädt ihr ganz herzlich dazu ein, ins Café Hinterhof zu kommen, weil dort zivilgesellschaftliche Engagements vorgestellt werden. So, hallo liebe Schülerschaft vom Evangelium Gymnasium. Mein Name ist Richard Herbst. Ich habe hier Abi gemacht 2012 und ich würde euch gerne einladen, am 2. April ins Café Hinterhof zu kommen, von 10.30 bis 16 Uhr. Da findet eine kleine Veranstaltung statt, wo wir zivilgesellschaftliches Engagement sowohl in Neuruppin als auch in Berlin und Brandenburg vorstellen. Unter 10 Uhr Rettung. Und ich denke, für euch als Anwachsende ist das eine schöne Möglichkeit zu sehen, wo man sich überall einamtlich engagieren kann. Es gibt auch Verpflegungen, für jenen, die Alkohol trinken dürfen, dürfen auch kein Bier trinken. Und ansonsten haben wir dann einen schönen Abend und Tag. Dankeschön! Im zweiten Teil des Videos seht ihr den 10. Tag in Robona. Aber bevor ihr den 10. Tag sehen könnt, haben wir nochmal ein kleines Infovideo zum Thema, wie unser Tasca in Robona jetzt aussieht. Frauen haben den Haushalt zu schmeißen, auf die Kinder aufzupassen und zu kochen. Damit ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Folge. Wir haben heute gelernt, dass es auch anders geht. Denn diese Vorurteile zu teilweise afrikanischen Ländern treffen hier in Robona auf jeden Fall nicht zu. Heute haben wir den den Robona Basket Shop besucht. Das ist eine Initiative von ungefähr 200 Frauen, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, Körbe zu flächen aus grasähnlichen Material. Und sie benutzen da auch nur nachhaltige Materialien dabei. Nämlich stellen sie die Farbe für diese Körbe aus ausschließlich Blüten und Pflanzen her. Und ja, das war sehr interessant zu sehen und auch sehr berührend. Und ich glaube, das Interessanteste und auch Lustigste für uns war, dass wir auch selber probieren konnten, wie man diese Körbe flechtet. Ja, das war ziemlich für mich jedenfalls recht schwer. Auch wenn es nicht so aussieht. Es ist ziemlich nähartig, sage ich mal. Aber es war trotzdem eine sehr schöne Erfahrung und wir haben auch gut eingekauft. Ja, im Anschluss sind wir dann wieder zurück zu Robona Secondary School spaziert. Und da haben wir Robona mal von einer anderen Seite kennengelernt. Denn wenn man zu Fuß geht, sieht man ja doch viele Dinge viel bewusster und auch länger, als wenn man einfach nur durch eine Ortschaft durchfährt. Und da haben uns auch unsere Partnerschüler nochmal sehr viel über Land und Leute erzählt. Es war sehr schön zu hören. Im Anschluss gab es dann das Mittagessen. Dort haben wir uns so ein bisschen gestärkt, weil auf den Nachmittag haben wir dann sozusagen diese endgültige Dekoration und das Einräumen vom Tasker vorgenommen. Heißt, die Regale, die wir angestrichen hatten und ja, abgecycelt hatten, wurden jetzt endlich mal ein bisschen gefüllt mit Dingen, die wir jetzt sozusagen als Startkapital für die Schüler eingekauft haben. Wir haben dabei besonders darauf geachtet, dass Dinge, die wir gekauft haben, sie auch weiterhin kaufen können sozusagen im Supermarkt und es regionale Produkte sind und haben ihnen so ein bisschen auch das Kassenbuch erklärt, dass sie wissen, dass sie immer alles aufschreiben müssen bei Ausgaben, bei Eingaben und natürlich auch den Saldo. Und dann haben wir die Tische noch ein bisschen aufgehübscht und jetzt sieht das Tasker wirklich aus wie ein richtig schönes Café, wo man sich auch gerne reinsetzen möchte. Und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns morgen dann auf die Einweihung. Bis dahin dann. Tschüss. 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 mm Bis zum nächsten Mal. Das war's mit dem heutigen PascalTV Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.